Heute geht es um das Darknet. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge der Online-Geister aus dem relativ schwülen Studio in Halle heute. Aber dennoch aus unserem wunderschönen Studio in Halle an der Sache. Es ist super, es ist richtig hell, wir sitzen bequem. Draußen regnen es, es wird auch wieder ein bisschen Kühleiter durch. Genau, du hast jemanden getroffen, Christian? Genau, vor kurzem den Autor Stefan May. Also zur Veröffentlichung schon vor einer ganzen Weile. Ja, inzwischen schon, aber zu einem aufnahm Zeitpunkt nicht. Stefan May, aber allerdings geschrieben M-E-Y, Autor und freier Journalist. Alle weiteren Informationen in deinem Interview habe ich auch zum Interview getroffen. Und das gibt es alles im Thema der Sendung. Wunderbar. Online-Geister, Hausmeistereien. Letztes Mal ging es um TikTok, Christian. Wie fandest du die Folge? War ich okay gewesen, aber weil wir heute sowieso recht wenig Zeit haben. Deswegen streiten wir einfach mal einen Rest zusammen, fangen sofort mal mit den News an. Okay, Facebook hat ein paar neue Sachen auf Lager. Ja, Facebook wäre jetzt so eine Art Konkurrenz, stärkere Konkurrenz aus eigener Sicht zumindest werden, zu Twitch oder YouTube Gaming. Also den Let's Plays. Denn bei Facebook wird es, man plant es zumindest, wird es künftig sogenannte Stars geben. Sozusagen In-Game-Tokens. Also du kannst, wie ja auch schon bei Twitch und anderen Plattformen, für echtes Geld dir halt eben diese Tokens, die bei Facebook eben Stars heißen sollen. Aktuellen Stand 100 Stars gibt es für 1,40 Dollar kaufen und halt eben Facebook, Let's Player und Gamer damit finanziell unterstützen. Ist es mir jetzt nur, also Facebook-Livestreaming gibt es, machen wir ja auch ab und zu. Gibt es welche, die über Facebook-Live-Spiele streamen? Also Twitch sowieso, die haben das populär gemacht. Das ist sehr ein USB. Und YouTube ja inzwischen auch sehr beliebt mit Streaming, nicht nur On-Demand-Let's Plays. Und Facebook macht das jetzt auch? Seit wann? Das ist jetzt aktuell geplant, dass das bei Facebook kommen soll. Ah, okay. Also mit diesen Tokens bei Facebook Gaming, das gibt es schon länger. Facebook ist halt einfach nicht so bekannt wie Twitch oder YouTube an der Stelle, aber will in dieselbe Kerbe schlagen. Will halt auch diesen Markt sich erschließen von Let's Playern und von Gamern. Ah, ja, die wollen wir zum Kuchen abhaben. Genau, und da will Facebook jetzt halt eben diesem Bereich vordringen und vor allem halt einen Mehrwert bieten. Denn bislang konnte ich aber, wenn ich mit Facebook irgendwas gemacht habe, ich habe ja kein Geld von Facebook für irgendwas bekommen. Bei YouTube habe ich ja mit den Werbeanzeigen prozentualen Anteil und bei Twitch halt auch mit dieser In-Game-Tokens dort. Du kannst auch die Tokens vergessen, die hätten wir mal angucken müssen, wie die heißen. Die haben auch noch so einen bestimmten Namen, auch so eine B irgendwie. Schreibt uns einfach. Irgendwas spielerisches war das. Genau, eine Seitemeldung ist bei Instagram ein Book an Influencer. Neue Auktion bei Instagram gibt es, bei der ein Influencer Posts publizieren kann und Marken entscheiden dann, welche Posts sie dann bewerben wollen. Bislang konnten die Marken entweder selbst Anzeigen schalten oder Influencer eben Geld geben. Jetzt produzieren quasi die Influencer auf Halde und die Marken suchen sich dann aus, welche Werbungen sie nehmen möchten. Die Frage ist dann, ob die Influencer für jedes, was sie produzieren, dann Geld bekommen oder nur für das, was auch publiziert wird. Das, was dann in Anspruch genommen wird von dem Marken. Also es ist jetzt wirklich dieses, wie ein Autor auch, ich schreibe erstmal meine Bücher auf Halde und hoffe, dass es einen Verlag nimmt. Ähnlich halt bei diesen Instagram-Beiträgen. Was ich betriebswirtschaftlich gedacht sehr konsequent finde, einfach diese weitere Professionalisierung bei Instagram betreffende Community und die menschliche Nutzung von so einer Plattform. Müssen wir, glaube ich, nicht großartig übersprechen, was das denn bedeutet. Also bei dem Buch habe ich erstmal vermutlich ein Manuskript, was dann noch überarbeitet wird. Die Influencer bei Instagram machen die Werbung ja im Prinzip komplett fertig und die Marken aber noch Nein sagen. Das finde ich gerade bedenklich. Ja, weil es halt eben auch so eine weitere Scheinwelt, dann ist die dann noch einfach verstärkt wird dadurch. Da gab es auch genügend Fälle. Am bekanntesten, Asana O'Neill, eine Australierin, mit 16 angefangen, mit 18 Nervenzusammenbruch bekommen bei Instagram. Also war Instagramerin gewesen. Und die ist einfach mit dieser Scheinwelt nicht klargekommen. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt dadurch verbessert. Oder da muss aber Instagram wirklich auch nachbessern, was die Markierung von Werbung angeht. Dass sie sich dadurch vielleicht auch ein bisschen wieder entwirrt. Also diese privaten Beiträge versus die gesponserten Beiträge. Das ist ja aktuell das große Problem Instagram. Das eine, Stichwort Schleichwerbung, kann von dem anderen normalen Inhalte nicht wirklich unterscheiden. Es gibt ja inzwischen, so in Deutschland das Gesetz, dass Werbung eindeutig gekennzeichnet werden muss. Das ist eigentlich in jedem Land so. Selbst wenn es Eigenwerbung ist. Deswegen ja einige Leute einfach sicherheitshalber überall Werbung irgendwie dran klatschen, dran schreiben. Das ist auch wieder verwässert irgendwie. Ja, also das ist jetzt so eine Überspannreaktion, ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Weil viele Leute da manchmal, oh jetzt muss ich alles, weil ansonsten kann ich gleich mit so und so vielen Millionen verknackt werden als kleiner Fußballclub oder sowas. Das ist auch nicht der Fall. Es muss natürlich alles irgendwo verhältnismäßig sein. Ich bin mal gespannt der Dinge, die da auf Instagram kommen. Andere Meldungen. Und ich merke gerade, heute sind wir sehr Facebook-lastig, weil es alles Facebook-Unternehmen entweder sind oder... Facebook ist halt eigenwärtig immer noch. Ja, aber jemanden stört das in dem Fall. Max Schrems, der schon mal gegen Facebook geklagt hat. Also inzwischen wird er auch als österreichischer Datenschutzaktivist bezeichnet. Der hat nämlich schon mal 2015 beim Europäischen Gerichtshof sich erfolgreich gegen Facebook durchgesetzt. Und damals halt bewirkt, dass das Safe Harbor Abkommen gekippt wurde. Das war ein Vertrag gewesen, USA, Europäische Union und Schweiz, die halt als Inhalt hatte, USA haben normalerweise ein scheiß Datenschutzniveau und deswegen machen wir so einen Vertrag. Und alle Unternehmen, die diesem Vertrag beitreten, Apple, Microsoft, die klassische GAFA-Ökonomie, die schwören hoch und heilig Pfad für eine Ehrenwort, dass sie die Daten europäischer Nutzer so behandeln, als wären sie selbst europäische Unternehmen. Praxis, Realität, ich glaube, da müssen wir nicht großartig drüber sprechen, wie das dann laufen dürfte. Facebook selbst wurde jetzt Anfang des Jahres, genau wie Google, erst wieder zu Millionenstrafen verknackt. In dem Fall war das bei Google zum Beispiel in Frankreich 50 Millionen Euro durfte da Facebook Strafe bezahlen wegen Datenschutzvergehen. Wunder, meine Güte. 50 Millionen Euro sind auch für Facebook nicht mehr so wenig, oder? In dem Fall war es Google gewesen. Ah, Google. Ja, also ein bisschen weh tut das auf jeden Fall schon. Und das war übrigens auch direkt Datenschutzgrundvorragung. Dafür ist das Ding nämlich auch gedacht, nur mal angemerkt. Aber, was macht Max? Da verklagt Facebook halt in dem Fall wieder. Das wird aktuell auch als Verfahrens-Schrems 2 geführt. Nach dem halt das erste Mal. Und dann halt mit welchem Thema. Also aktuell wird mit einem Urteil um den 12. Dezember herum gerechnet. Und das könnte wie folgt passieren. Also es geht dann nicht nur um das Privacy-Shield-Abkommen, auf das halt eben sich EU und USA nach dem Safe Harbor-Abkommen geeinigt haben. Also es war quasi Safe Harbor 2.0 gewesen. Ganz sicherer Hafen mehr, sondern ein Privatsphären-Schild. Exakt. Gehen wir nicht drüber. Egal. Aber das war quasi die Folgeanrichtung, dass man halt überhaupt noch mit US-amerikanischen Unternehmen, also in dem Fall Digitalgeschäfte, machen darf. Das könnte einmal gekippt werden, sowie prinzipiell halt eben wesentlich stärkere Folgen beim Datenschutz haben. Denn als Safe Harbor gekippt und Privacy-Shield kam, waren wir noch drei Jahre vor der Datennutzgrundvorordnung. Die gilt jetzt und die ist auf jeden Fall wesentlich härter in den Konsequenzen und das ist eigentlich eine gute Sache, wenn wir das aus Nutzerperspektive betrachten. Weil es geht schlicht und umgreifend um unsere Privatsphäre als Nutzer. Darum, dass das, was uns gehört, auch unseres ist. Punkt. Das war die Meldung für heute. Hast du noch irgendwas? Nee, ich würde sagen, wir sind eh schon über der Zeit. Machen wir weiter. Wunderbar. Dann wollte ich mal wieder Dianne Lucim-Orchester mit einem Fashion-Opener in die Show holen. Hier ist Karma Bonfire.